Yo, liebe Leute, herzlich willkommen zur Kultursafari! Yo! Das heißt, du hast dann schon 30 Jahre Musikerfahrung sozusagen? 40, 50, 60, ja, ja. Ja, ungefähr 100 Jahre. Ja, zusammen kommen wir vielleicht. Genau, wahrscheinlich. Ja, um Kürze. Ja. Hallo, es sind die Koffelein, Musik unter der Sonne, alle Feiern, tanken, singen, schreien oder stringen, schreien oder schreien, schreien auf auf Freude, coole Jungs und heiße Freude, schreien in die Morgenstunde, schreien, in die Morgenstunde, schreien...